Das hat ja wirklich ganz Deutschland bewegt. Man sieht sie, sie ringen, Umfassung, von Tränen ist die Rede, eine zitternde Hand. Sehr emotionaler Moment, zusammen mit ihrer Frau in einer Talkshow, bei einer SPD-Veranstaltung. Werden wir denn den emotionalen Peer Steinbrück, den Gefühlspeer, jetzt bis zur Wahl noch öfter sehen? Nein, das wäre ja dann Geschauspieler, das wäre ja gedrechselt. Sagen manche Leute, das sei inszeniert gewesen? Denen trete ich in den Hintern. Die sind aber ganz oft, also ganz ehrlich, habe ich den Paar auch aus ihrer Partei gehört? Ja, das finde ich aber ziemlich übel. Und das lasse ich mir auch nicht gefallen. Das ist ein Punkt gewesen, wo meine Frau einen Nerv meine Seele berührt hat. Und mir dann zu unterstellen, das sei geschauspielert, das empfinde ich als ziemlich unfair.